Herzlich Willkommen zu einem Ranked von Company of Heroes 2 Wer ist hier neben mir gestartet? Nicht du Ey lass mal lieber Obwohl du startest da unten Sonst hätte ich gesagt, lass mal auf Benzin gehen Typs Ah ja ja ist ja gut Hör auf zu brüllen du Juli Alter Ja, scheiß auf Siegesmarken Ey, wo laufen meine Pioniere lang? Ich weiß es nicht Achso, ich häng ja auf dem Berg Oh, das ist ja gleich einiges im Umweg Hupsala Okay, meine Pioniere sind einen kleinen Umweg gelaufen Ich geh erstmal auf diesen ähm Naja, scheiß auf die Siegesmarken Munition und Benzin sind wichtiger Meinst du? Ja, Ressourcen Die können ja am Anfang die Siegesmarken haben Wenn wir zum Beispiel Benzin haben, dann sehen die ganz schön alt aus Wenn wir einfach nen Panzer hinschicken Das ist alles bei euch Ja, das ist bei uns und ihr müsst die hier Munition holen Das ist wichtig Und wir das Benzin Weil das ist ja alles auf einen Haufen Und darum ist es doch wichtig, da ganz schnell hinzukommen Ah, Generäle können auch warten Ja, hast du recht Darum Meine MGs laufen da hin So, da muss man zutraten Und dann sollte das klappen So Er arbert Jetzt geht's weiter Hier hin Obwohl, ne, hier hin Kommt her Jungs, kommt her und wir traten direkt zu Äh, ich hoffe das ist zu So Äh, wieso kann ich nur so komisch zutraten Ich kann nur so Äh, muss irgendwie gehen Och, ja, der Feind hat hier schon nen G-Trupp so'n GG, ey Jaja, warum seid ihr so langsam? Ja, wie? Ja, wie? Langsam? Zu langsam? Komm Jungs, baut euch schneller auf Von hinten Was für langsam, alter Ja Ich bin dagegen einfach nicht Zu langsam, dicker Zu langsam Ganz einfach Weißt du, wir sind hier schon richtig am fighten bei uns So, weiter, weiter, weiter Jungs Hier nicht stehen bleiben Immer weiter Wir müssen hier alles holen, was wir kriegen können Und erstmal in den Turm kommen Ja, voll Also ich weiß auch nicht, was du da machst, aber mir sieht's gut aus Bei mir sieht's sogar richtig gut aus Oh, oh, die Bonnern MG auf Raus aus der Range Jawohl, raus aus der Range Und zurück aufbauen Haha, ich hab seit MG gedotscht So gesehen Oh, meine Pews müssen mal laufen Was brauch ich? Ich brauch Mörser Mörser wär gut Jetzt schieß doch mal mein dummes MG Jawohl Ja, also wir scheinen hier umgewand zu haben beim Benzin Das ist schon mal gut Ah Und der Popo scheint nicht so gut zu sein Der steht da mit seinem MG-Trupp Wisse Oh, ey, der entkommt, der Trupp Das gibt's nicht Wie knapp der entkommen ist So, wo muss ich noch zutraten? Da muss ich noch zutraten Zutraten Komm, jetzt stirbt er einfach mal Mörser holen Nächste Zeit geht noch nicht Ja, holen wir einfach noch nen Mörser Einfach mehr Mörser Ja, jetzt will er wegrennen mit seinem MG Jetzt wo ich's festgenagelt hab Das ist ein richtig schlauer Junge Der denkt, oh, ich lass ihn da entkommen Jetzt treff ich die Truppe nicht oder was wegen der Betonmauer Ich hoffe, da ist alles zu Ey, ihr müsst unbedingt ans Benzin kommen, ne? Ein frischer Mörser-Trupp ist eingetroffen Sonst sag mal deinem Typen, der soll dir helfen Weil das ist absolut überlebenswichtig Jaaaa Na ernsthaft, weil Sonst haben die Die können eigentlich mit Granaten vollspielen Äh, dein MG Steht da ganz schön dumm Und dein anderes ist tot Äh, warum ist das so Hä, warum ist das gestorben? Hä? Weil der aus dem Haus den gekillt hat halt Ist ja auch nur ne Frage Jetzt halt, bis er das schafft So, Jungs Kommt, wie kommt ihr rum? Ja, GG, Alter Er steigt, warum Ich versteh das nicht Warum steigt das auf der falschen Seite aus? Ohne Witz verstehe ich nicht Tja, weiß ich nicht Jaaaa, wir werden hier richtig flieder gemacht, Mann Ich hasse das Jaaaa, mach was Ne 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 Wir haben jetzt zweimal Benzin Die haben zweimal Munition Also, wir kommen am Panzer Und die können uns mit allen Jawoll, ich hab zugemauert Das ist gut Es ist definitiv zu Und dann Mörsern dahin Komm mein Mörser Mörser Du auch Mörser direkt drauf Laufen auf Laufen der Mörsert der Mörsert auf mich der ist böse Oh zu um Lauf 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 das wird erst mal zurückgemörsert da kommt die Armee Alter also jawohl zu Glück ist der Typ echt nicht so gut besteht das wunderbar auf einem Haufen rum Prozent hier hinten hinstellen die laufen alle in den Mörser auch nein er läuft nicht in den Mörser er läuft großen um unsere Festung herum da das ist ich blocke Lupe meiner Beige ein Sniper wäre nicht gut für sich Mörsertrupp erleidet Verluste okay guck mal das ist ne gute Sache aufstellen aufstellen ey was macht der da Digga läuft doch nicht durch was macht mein Verbündeten was macht dein Trupp da das ist nicht meine das ist der von mein Verbündeten der läuft einfach durch Digga dein Mörser der baut dich doch schon ab rennt Johnnies rennt oh komm Digga mach ihn weg jawohl der haut ab er zieht sich zurück nein nicht den Stacheldraht kaputt machen oh ihr seid so dumm Granatwehrvertrupp verloren was ist denn hier los Digga wie kann der mit seinem G meine Dings verdient was ja das ist nur leicht gepanzert das ist nicht schwer gepanzert was der macht mit dem G mein ja Standard ich hätte es aber wissen können Junge mein Mörser ist tot mein Verbündete soll mal hier was ranbringen ich kämpfe irgendwie alleine ah da hat er was zum aufrüsten wieder schick mal meine Jungs da hin ich weiß gar nicht was ich hier bauen soll Packstellung ist ne Packstellung hier gut Digga I need you help das geht nicht wie ich sag das deinem Verbündeten da unten ja ich weiß nicht was der da macht ja dann schreib ihm mal was ja wie Enter drücken ja so ja das weiß ich auch ja das scheint mir aber nicht so zu sein als ob du das weißt das Problem ist nämlich ich muss hier beim Benzin mitkämpfen oh 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 MG schon wieder böses MG okay oh nein läuft einfach hoch läuft einfach hoch so Schafschritt zurückzug rückzug rückzug jawoll in die Flank oh dem Pionier kann ich schon wieder zurückziehen so Stacheldraht reparieren ganz wichtig das muss wieder zu jetzt erstmal Mörser-Trupp hier ich komme davon hätte ich zwei wenn nicht irgendein Spacken meinen Mörser gekontert hätte hier muss ich wieder bemann wo der kommt da hin oh guck mal Sniper der ist echt nicht schlecht der kann gut sein den schick ich mal da hin Sniper ist echt ne ja da muss man eigentlich ja vor allem wenn du mit Mörser arbeitest bietet er halt jede Menge Sicht so oh er hat da erstmal seine Mörser-Station gebaut Alter er baut sich in der Mitte richtig auf mit seinen kacken Stationen ja was denkst du denn was ich hier mache ich mache es ja nicht anders bist du Brite? ne wir können nur auf einer Seite sein ich kann kein Brite sein also also äh ich muss Bunker bauen komm Jungs Bunker hin so die Jungs können dann in das Haus der Mörser einmal aufstellen und jetzt brauche ich noch irgendwie ein Fußvolk die muss ich einmal ranholen und hier ok da kann ich eben sparen auf die Manpower ich spalte nämlich auf Panzer hauptsächlich ich brauche noch mal einen Kampftrupp hier oben oh ja GG äh Tim dein Trupp stirbt ich will ja nicht sagen dein Trupp stirbt aber er stirbt er putzt sich da einfach aber einer schon geliebt warum auch immer äh ja egal ich gehe jetzt erstmal hier runter na dann helft ihm bei der Siegesmarke möglichst irgendwie wir müssen hier irgendwie was hinbekommen wir mauern uns hier schon ein wie die letzten Bobbys so mir fehlt Manpower also Manpower ist echt ein Problem für mich hier Munition habe ich hier zum Glück einmal Minen legen einmal Minen legen überhaupt nicht klar echt schlimm hier da denn eine richtige Stellung beim Mörser muss man weiter da muss man da hinschießen äh die Stellung die er in der Mitte hat ist nur für kleine Geschütze ne? äh gegen Infanterie genau oder was man ja ja gegen Infanterie gut also wie gesagt ich kann ich spare jetzt auf dem Panzer ja brauche ich noch ein bisschen Benzin aber dann kann ich dann kann ich den Panzer schicken ja ich muss dann nämlich wo einmal Oh da ist ne Mörser Stellung da ist ne böse Mörser Stellung der greift hier schon wieder an ob der mal lernt dass er frontal nicht durchkommt bei uns da hab ich mir irgendwie nicht so sicher aber ich geh auf Tigerpanzer ich hab extra die Upgrades für nen Tiger drin die Ressourcenproduktion zu steigern ja bei uns hat der hier ok ah der der macht mir das hier nicht einfach mein Gegenspieler der macht mir das hier nicht einfach oh nein oh mein Volksgrenadiertrupp ist gestorben den hab ich grad erst gebaut ich hab nicht aufgepasst wohin der gerannt ist ah ich kann ja einen Ostwind bauen ich brauch ja nix anderes oh jetzt hat der oh der hat schon einen Panzer hier bei mir so einen leichten oh 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 das ist nicht nett was da rum rennt oh der Sniper hat mich alter was der da rausholt Counter Sniper komm Junge Sniper sein Sniper jawoll alter das ist ja überhaupt nicht nett komm Jungs raus da alter man die Damage alter man die Damage alter man die Damage oder Uiuiui Ostwind ist gleich fertig aber den muss ich erst bei mir hinschicken oooh jetzt sterben meine ganzen Männer da der hat dann ne Junge was Junge NEIN wo zieht die sich zurück die Junge wir werden überrannt ja hier geht das ist vorbei er hat das Bezieher erobert ähm der hat eine gewaltige Armee hier scheiße äh das war so nicht geplant scheiße 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 ich hab alles verloren gerade so beinahe von einer Rückzug Jungs Rückzug Lauf 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 so oooh ich verliebe jeden meiner Trupps hier wie ja nächsten Mg-Trupp verloren ey das ist nicht gut was da anrollt bei mir komm komm mein Ostwind du räumst jetzt weg oh mein Sniper ist auch tot der macht nix komm Junge fahr fahr einfach fahr einfach dran vorbei schalt die kack Autos aus boah dumme Raketenwerfer zumindest verjage ich sie aber das sieht hier nicht gut aus so alles der macht das echt gut hier ja ja er löscht mein Dings-Trupp einfach raus äh da kann ich dir leider gerade nicht helfen ich habe komplette Verluste wirklich massiv viele OH GOTT da steht ne Stellung Junge wieso steht da ne Stellung wo kommt die her weiter den Rückwärtsgang aktivieren oh wo kommen die alle nur her ich brauche einfach mehr Infanterie das ist mein Problem ja die stirbt bei mir leider alles hier Alter Junge woher haben die das ganz nicht bezieht ich hätte ne Kackpack hier haben müssen dann hätte ich nen Angriff abgewährt so Panzergrenadieren mal ab an die Front ey Digger der hat unter ne Siegesmarke genommen ja der mein Verbündeter gilt auch nicht zu schießen ja ja aber 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 nein du verlierst zu viel wir halten ja wenigstens noch so ne halbe Stellung hier ja ich rück jetzt gleich vor oh jetzt kommt dann noch ein Panzer und zwar ordentlich ja eines der vorderen Gebäude verloren das gibt's doch nicht kommt Jungs ausrichten das ein Ge-Down machen jawohl wenigstens die kriegen auch Verluste die Gegner oh wo kommen die denn her wo kommen die denn her Digger 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 erstmal ich brauch mehr Truppen ich brauch mehr Truppen wo ist mein Kontakt ja da ist mein Kontakt das weiß ich auch äh das läuft hier nicht das läuft hier alles nicht so gut nicht so wie es laufen sollte ich brauch einen Panzer 4 und zwar dringend oh Jungs ran so dein Siegesmarke erober ich jetzt grad zurück oh oh die laufen rum was macht der Panzer denn da was heißt Digger was ist das denn mit dem Motor Schaden der fährt nur noch ganz langsam ja aber der soll überhaupt nicht fahren ja dann mach es alter ich weiß ja nicht was du da befehlst du gibst ja Befehle Alter diese Mörser hier das ist der Sch oh pack rückwärtsgang aktivieren Jungs rückwärtsgang ja was da oben das ist so gegen drei Spieler kämpfe ich hier das sieht nicht gut aus ach wo ist das ich brauch hier Panzer 4 und zwar so schnell ich kann ey was macht mein Verbündeter der Digger der nimmt Digger du hast dich aufgepasst ich hab nicht aufgepasst ich werd hier von drei Spielern überrascht ja du hast dich aufgepasst dein Brite von der Mitte baut bei uns ne Flakstellung hin und ne Mörserstellung ja das ist nicht guck mal wo die Flakstellung steht die steht direkt beim Eingang wo ist denn das ich hab drei Mann verloren nur während des Rückzugs weil die sich durch die Mitte zurückgezogen haben ja das ist halt da musst du sie halt weg machen ne ja da musst du halt weg machen ja schön dass ich erst dann gesehen hab dass da die Stellung ist so jetzt muss ich wo ist mein Panzer äh da glaub ich rückwärts ach so mein Trupp hat er auch weggemacht Tim wie sieht's denn mal aus hier zu deffen ja das kommt gleich meine Truppen sammeln sich wir brauchen die Siegesmarken und ich verliere hier leider eine Sache nach der anderen sieht hier alles nicht gut aus ich krieg das gar nicht mit dass man die Jungs zum Teil sterben das ist auch noch schlimm soo ich muss hier irgendwie mal was bauen ich weiß gar nicht welche bauen soll gegen die ich hab nicht so wirkliches in den Kampf muss man mal ein Tuchel ausgeben wenn sie selbst mal ein Schaft jawohl wir sind die Truppe hat er noch verloren soo Benzinkriegen war auch wieder oh da rollen seine Scheißteile dann Ostwind hol sie dir hol sie dir komm mach mal ach der ist die Flagge ist so schnell wir haben einen neuen Grenadiertrupp oh da ist sogar einiges so Grenadiertrupp ab in die Mitte we need you und ne Puck ist auch bereit ab nach da oben na komm Junge jetzt wird hier vorgerückt vorrücken oh da ist die da ist die pack die pack rum den Auswind stellen wir mal bereit hin oh die kann durch die Bäume schießen die hackt oh Gott was steht ihr der Panzer kaputt er ist einfach ich verliere meine Panzer jetzt wenn ich fecht habe ja erster Tod scheiße erster jo zweiter Panzer Tod ich hab nix mehr ey was macht ihr da drüben ihr müsst mal drucken ja das ist zu spät dein Spiel Lila hat überall drucken ich hab nix mehr ist vorbei nein es ist vorbei wir können nix machen wir werden von drei Mann überran ich hab nix mehr ich hab ich hab Digga du verstehst nicht ne ich hab alle meine Truppen verloren meine Panzer tot alles tot easy going ja wir rücken vor ihr rückt vor weil drei Spieler bei uns sind ja pass mal auf wenn die mit uns fertig sind was dann zu euch kommt ich hab leider gar nichts mehr ich hab kein Panzer easy win hier ja ich sag's ja gleich kriegst du da drei Panzer zu dir geschickt solche Flakpanzer und dann war's das guck da ist das nächste kaputt jetzt geht's los hier ohne Witz okay da ist noch ein Panzer ich brauche irgendwie mein Tiger aber der kostet auch viel zu viel go jungs go 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 so go 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 ich hab leider nix hier mehr Tigerpanzer zwischen auf dem Panzer kommt der kostet viel zu viel jo Tim jo was für eine Armee hast du da auf den Haufen ja ja wie sie bewegen ja sie kommt doch die musste sich heilen mal ja dicke das geht nicht wie die jo da ist ein dicker Panzer Panzerhausfeuer ja ich kann nix gegen den Panzer hier machen er verfährt meine Männer ja und sie zieht sich durch die nein wo laufen die hin ja bye bye mein nächster Trupp zieht sich in den Tod zurück das ist nicht so schlimm und ist er tot ja er ist tot ja hier drüben wir haben nix mehr wir haben alle Truppen verloren jetzt kommen die zu euch jetzt seid ihr auch tot jo jo sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus oh Gott äh ähm ja es sah gut aus bis es drei Mann waren dann hat das nicht mehr gut aus pfff Allein der Britte der ist schon ollen Schirm auf dem Feld äh wahrscheinlich ist ein Schirm auf dem Weg zu Tieren ja nicht so schlimm das werden wir noch herausfinden das werden wir noch herausfinden ob das nicht so schlimm ist also es ist schlimm aber ja wieso können jetzt schießen auch mal meine zurück das kannst du so knicken dass ich hier gewinnen gegen den ja jo rückzug da kommt ein Auto und wieso ziehen sie sich jedes Mal da zurück jo ich verliere wieder zwei Mann was ist los ja komm ja jetzt schieß gleich wieder die olle Flak drauf und dann ist mein erster Trupp tot egal ne es kommt man kommt sogar beide weil sie zum Glück auf den anderen Truppen schießt oh meine Truppen können ja auch nichts mehr machen wenn dieses Problem ist sie haben jetzt Benzin und sie haben Munition ja weil alt was schlägt da bei deinem verbündeten ein der kriegt ja richtig dickes Feuer auf den Kopf ah ein bisschen was ja Jungs ich muss jetzt hier mal vorrücken ein bisschen was sei alter irgendwie muss man jetzt hier mal was reißen irgendwie ich weiß zwar nicht wie aber irgendwie das muss doch hier gehen kommt Jungs go 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 die wieder fit machen äh was hol ich mir ich weiß es gar nicht ich will mir einfach grenadieren einfach kalender die er okay er wird hat mich tot jupi jupi komm 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 oh Gott da steht der Schirm ey Digger Digger ja Jungs da steht zwei Schirmen ähm ähm ja äh Dreh mal um Fahr mal rückwärts mein schöner Stock du bist mir zu wertvoll Digger Digger die haben ein bisschen viele Faden auf einmal das ist ja so letzter Widerstand und deine Schirmen was soll der dir gegen machen Hala die Schirmen sie kommen sie kommen jetzt hab ich Grenadieren aber was soll ich denn mit Grenadieren machen ähm Pax bauen genau ich kann Pax bauen ja der hat einfach mal einen ganzen Trupp bestürt ja was denkst mit dem was der bei mir gemacht hat als er plötzlich jetzt schießt der von oben Junge niemals aufgeben noch haben wir eine Siegesmarke ok meine Pakt wird schon wieder vom Mörser ruiniert ey sobald der einmal ein Sieb vorbei jetzt guck dir die Truppen an der da hat ja ich weiß was er da hat das Schlimme sind die Stellung die ganzen Mörser und Flaggen guck dir mal an was nach die Äupte ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich habe mich zu du hast du gesehen was auf mich zu wollte ah EI EI Jungs wir ziehen uns zurück ich schick mir mal 200 Polizier 200 Benziner kann ich einen Elefanten holen ja natürlich schick du mir 150 und ich holen Tiger die Stellung von deinem verbenneten ist kaputt was soll ich machen machen. Also, ich will ja nichts sagen. Das sind aber vier Panzer und ich habe nichts wirklich dagegen einzusetzen. Aber kein Problem. Ich habe Truppen. Die können dagegen kämpfen. Ich muss sie nur zum Kampf kriegen. Ich begebe mich jetzt in meine Verteidigungsstellung. Meine letzte Verteidigung wird aufgewopft von meiner Pace, mehr oder weniger. Ich muss ja immer meine Jungs hier alle ranbekommen. Junge, 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 das wird nichts. Digga, du darfst nicht aufgeben. Wer rät denn schon aufgeben? Sieg ist das Ziel. Sieg! So, ich bereite meine letzte Verteidigung mal vor. Mein Last Stand. Alter, meine letzte Stellung wird hier vorbereitet. So, rücken wir mal weiter vor. Komm, das wird sicher klappen. Hier haben wir noch ein Haus. Jetzt wird leiser vorgerückt, bis der Mörser mich wieder kaputt schießt. Ich habe ja sogar noch einen Panzer, also. Das kann nur ein Sieg werden. Aufstellen, Jungs. Aufstellen. In Deckung gehen, Jungs. In Deckung gehen. Hä? Er sieht zu mir! Die, ne, das... Wo, wo kommt das Ding her? Umdrehen! Junge, wo kommt der denn her? Weiß er nicht. Der kommt von dir aus, von der Mitte! Das kann gar nicht sein. Er ist kaputt. Dafür muss er bezahlen. Da greift er einfach von der Seite. Hinterhal. Wie hinterhält, die schießen das. Also, äh, ne, hinterhält. Das hätte ich nicht gedacht vom Feind. Also, so was hinterlässtiges. Naja, nee. Ich weiß gar nicht, was ich bauen soll. Oh, ich hab ich... Ich hab aber einen Plan. Ich fahr gleich durch seine Linien und hol die Siegesmann von hinten. Ja, das ist auch so, was ich dir gerade mache. Ja, aber ich benutze ein Auto mit Truppen. Ja, du stehst auf einen Haufen mit deinem ganzen... Ah, nee, unser... Oh Gott, mit, äh... Ja, pff... Ja, pff... Ja, also, ich weiß ja nicht, was du von mir erwartest, aber... Ähm... Allemann einsteigen. Allemann einsteigen. Gleich sind wir bereit zum Krieg. Ey, Dieter hat gesagt, dass neue MG 42 bringt den Siegtiger. Dieter hat's gesagt. Und Dieter lügt ganz sicher nicht. So. Jetzt... Jetzt hol ich meine Imba-Taktik raus. Sag mir mal, wo der Feind nicht ist. So, Digga. Wir fahren jetzt richtig sneaky durch die Linien. Jetzt mein Halbkettenfahrzeug, Alter. Das ist Sneaky-Bicky-Mission. Sieh es dir an, Digga. Es fährt durch die Linien. Ungesehen. Okay, der Feind hat's doch gesehen. Komm, guck mich, Digga. Mit dem hier, die Secret-Mission, die startet. Das fährt durch die Linie mit Truppen. Idaal. Das ist... Idaal, die Steam-Option. Wo gucken die ein Truppen her? Digga, aber der... Ausladen. Jetzt geht's los, Jungs. Angriff. Tötet sie. Jungs, geht's los. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ich hab ein... Ich hab beide Männer verloren. Nee, einen konnte ich retten. Ey, diese Mörser von denen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Oh Gott, er hat mich. Er hat mich. Ähm. 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 Egal, wie viele Panzer hat der hier? Ich sag mal, jeder von denen hat zwei Panzer oder so. Oh, zwei? Der hat hier ein paar mehr. Ja, aber... Das sind ja auch mehrere Spieler. Egal. Ich zieh mich mal zu deiner Siegesmarke. Das ist es. Das wird dir einen Sieg bringen. Die Siegesmarke. Ah, wenn du das meinst. Ja, Junge. Das ist... Guck mal, ich hab mein ganzes... Ich hab zwar keine Infanterie, aber ich hab ganz viel Panzerabwehr. Alter. So, jetzt wird hier alles in Stellung gebracht. Die Pios nehmen die Siegesmarke ein. Ah, ne, die nimmt das jetzt ein. So, Jungs. Ihr geht hier rein und haltet die Stellung. Das ist... So, jetzt. Letzter Widerstand. Ganz klare Sache hier. Junge, ich hab über tausend Dingens. Ich muss mal ein paar Einheiten bauen. Ja, dann mach das doch. Ja, aber ich kann nichts bauen, was so wirklich... Junge, guck dir mal an, was da kommt. Das ist nicht normal. Panzer 4. Komm, Alter. Mein Panzer 4 muss das richten. Ich geh jetzt hier... Oh, wir haben ein König... Wir haben einen Königssieger auf dem Feld. GG. Welcher... Welcher... Spaß hat die ganze Zeit auf einen Kack-Königssieger gebracht? Nein, ich weiß es nicht. Ja, mein Verbündeter. Ich will dir ja nichts sagen, ne, aber wir... Er hätte zwei Panther oder so ganze Zeit bauen können, die uns hätten helfen können. Dieser Königssieger reißt nichts mehr. Sobald der Feind... Er wird ein, zwei Panzer killen und dann werden alle Panzer auf den rollen und dann ist es vorbei. So wird das enden. Ey, unser Verbündeter hat, glaube ich, einen Panzerangriff zurückgeschlagen. Ich weiß zwar nicht wie, aber er hat's getan. Königssieger... Ja. Königssieger steht an der Front. Yippie! Er schießt! Erster Kill gemacht. One-Shot. Das ist so schlimm an diesen Dingern. Die haben so viel Range. Ja, ja. Aber jetzt wissen sie es halt. Und jetzt werden sie ihn countern wollen. Aber ey, wir haben zwei Siegesmarken. Oh, jetzt gibt's hier Angriff. Ey, ihr müsst nur eine Siegesmarke geholen. Ja, wir müssen die Mitte holen, Alter. Ja, genau. Die Mitte. Ihr müsst es mal machen. Ja, du musst mitkommen. Ich hab noch die Mitte. Achso, ja, komm jetzt. Nein, ihr müsst beide links. Ich halt die Mitte. Meine Jungs sind alle stationär. Ich kann mich nicht so viel bewegen, Tim. Das sind alle stationäre Einheiten, die ich hier habe. Leider. Nicht die, wir brauchen die. Wir brauchen das da. Und Benzin brauchen wir. Aber das ist leider ein bisschen schwerer zu bekommen. Hey. Tim, du wirst angegriffen. Nein. Ich werde angegriffen. Du wirst leider angegriffen. Wo werde ich angegriffen? Dein Panzer kriegt Schaden. Ja, das kommt, weil dein anderer Panzer ist. Ja, dann töte den anderen Panzer halt. Oh, was glaubst du, was ich jetzt mache? Weiß ich noch nicht, was du machst. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe hier mal eine Verteidigungsstellung, die alles standhalten wird. Sie ist die ultimative Stellung. Es ist einfach unmöglich, da durchzukommen. Aber Jungs, wir brauchen eine Siegesmarke. Wird zwar schnell. Jetzt geht mal dahin. Wo sind die Siegesmarke? Ja, da unten. Warum rückt ihr in die Mitte? Ich weiß es nicht. Ja, immer durch die Mitte. Das ist... Nein, wir brauchen Siegesmarke. Ja, kriegen wir doch. Dicke, wir haben gleich verloren. Nein. Ich halte hier meine Siegesmarke und habe keine Ahnung, was jeder macht. Position ist das A und O. Was kommt da runter? Ist das euer Ding, oder? Da kommt ein Nebel runter. Wir hauten dann Nebel runter. Ja, wir haben nur noch 50 Punkte. Das sage ich dir die ganze Zeit. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das sehe ich als ein bisschen. Ich nehme mal, es hat meine ganze Infanterie ausgelöscht. Ja, natürlich, wir brauchen die. Jungs, ihr habt da truppen. Hallo, hallo. Ja, was macht denn der? Ja, ich habe da keine Truppen. Go. Ja, aber Lucky hat da Truppen. Ja, er hat einfach mein Panzer ausgelöscht. Was macht da Pershing? Wo kommt der Pershing her? Ist der Pershing. Oh mein Gott, ist er... Bewegen, drehen, drehen, Angriff. Ah, der Kieger ist kaputt. Ja, das war ja auch nur ne freie Zeit. Habt ihr's ein Pershing? Bei mir ist ein Pershing in der Mitte. Ich mach den jetzt fertig. Ganz klare Sache. Ja, das sagt aber auch noch ein paar mehr. Deine ganzen Einheiten werden auch gerade ausgelöscht. Welche Einheiten? Ich gewinne. Siehst du nicht, wie ich gewinne? Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den Pershing. Der Pershing... Der Pershing muss sterben. Äh, wir haben verloren. Nein, meine Stellung steht doch noch. Siehst du nicht, wie... Wie Standort ist? Ich hab nichts gemacht. Du hast nix gemacht. Was? Der Pershing, tötet den Pershing. Was, wo ich sehe, da kein Pische Wusterpöck. Da ist Pershing. Ja, ich sag ja, bei WOT ist der Pershing auch überhaupt. Der WOT ist ja einfach nur scheiße. Der ist halt Dipper-Panzer. Nein, das ist überhaupt nicht immer Panzer. Ja, den Schirm mach ich noch kaputt. Ja, voll. Ja, voll, was kam da? Was kommt denn da noch? Jürgen, da kommt noch mehr Panzer. Jürgen, du machst zwei Panzer kaputt. Es kam einfach drei, Neue. Jetzt... Oh mein... Aber ich kann den Schirm wieder bemann. Das war's. Aber ich kann den Schirm bemannen, ich kann den Schirm bemannen, und ich kann auch den Schirm zerstören, eventuell. Stellung halten, den Schirm bemannen, ich hab wieder einen Schirm. Ich hab einen neuen Panzer im Dienst. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt können wir wieder... Oh, mein neuer Panzer ist leider kaputt. Hat ins Gras gebissen. Jetzt schieß! Macht tot! Das klappt dir alles nicht so. Ja, was soll ich machen? Da ist überall Nebel. Ich weiß nicht mal, woher der kommt. Jetzt, äh... Ich nehme über die Siegesmarke wieder ein. Dann kann ich sagen, ich hab mal eine Stellung gehalten. Nein, du bist dich nicht, erst zu blöd dafür. Oh, ein Schuss noch! Ja, du weißt, dass sie... Oh, nein! Ich hab nix mehr. Ich muss den Panzer bauen. Der kommt noch! Der kommt noch! Der kommt noch! Der kommt noch! Panzer! Und der ist noch! Ah, der ist vorbei. Ey, da sind vier Panzer noch in der 5! Der ist es... Wie viel Panzer hat euch denn zerstört? Ich hab... Unmöglich! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Super, super! Ich hau da irgendwo Luftangriff rein, hier. Ich hab... Ich hab... Luftangriff. Ich hab... Ich hab... Der hat sogar ein Pissl-Mig-Panzer da. So'n kleinen Panzer. Der hat nicht mal mehr Respekt von mir, der Junge. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Mh... Naja... Also... Ja... Du hast keinen... Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao! 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 Vielen Dank.